Der Schützpanzer Bader ist in der Lage, wie besser, bis zu einer Tüte von 1,20 Meter durchfahren. Er kann Reben bis zu 2 Meter Breite und in der Nesse bis zu einer Höhe von 1,10 Meter überwinden. Ein Marder 1A5 befindet sich in Zufahrt. Neben dem Wärmebildgerät des Richtschützen verfügt dieser Marder über einen neuen Infrarotscheinwerfer, sowie eine Nachtkampfausstattung Spektus für den Kraftfahrer. Achten Sie auch auf das Heck des Marders. Die Besatzung kann den Feuerkampf mit Handwaffen aufgesessen bei geöffneten Lufen über die Bordwandtüren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017